Nein, Rewi, bitte schlachte mich nicht ab. Bitte schlachte mich nicht ab, Rewi. Oh, oh, Chef Strobel kommt auch noch rein. Aha. Nein. Nein, wieso sind wir mit Rewi? Ich bin gerade in Stoich gewesen und steppe raus und finde da den guten Spandy-Boy. Bei mir kam gerade Maxi in Lights reingerannt. Yes, Sir. Maxi kam also Late in Lights rein. Ich bin ganz recht. Ich habe nichts zu tun. Ich gehe schnell pinkeln. Das könnte von der, vom Wegstrecke her hinkommen? Nö. Theoretisch könnte es sein, aber... Das ergibt ja keinen Sinn, Rewi. Warum? Warum ergibt das keinen Sinn? Ich war gefühlt gerade bei Lights bin ich angekommen. Danny habe ich nicht gesehen. Danny hat gesagt, er ist irgendwo rechts und jetzt ist er auf Klo gegangen. Okay, sollen wir den einfach voten dann? Ja, das sind wir raus. Ja, das sind wir raus. Ja, komm. Ich bin dabei. Wer auf Klo geht, wer so respektlos ist. Also die Sache ist, Amar kann natürlich der zweite Imposter sein, aber für diesen Kill kommt der nicht in Frage, weil er war... Hä, aber Maxi immer noch ein bisschen zass, weil Maxi Late in Electrical reinkam. Hä, ich bin gerade reingekommen und dann wurde es halt gefixt. Ja, aber du könntest ja vorher jemanden umgebracht haben. Theoretisch vom Weka könnte es schon sein, ja. Wo war der Kill überhaupt? Ich habe nicht mal gecheckt, wo der Kill war. Ey, warte mal. Wenn er wieder kommt, wenn er wieder kommt, sag, wir haben geskippt. Ich bin wieder da. Nein, wir sind rein. Wir haben geskippt. Danny, Danny. Ich bin recht. Danny, wir haben geskippt. Skipvote, skipvote, Danny, skipvote. Ich weiß, dass mir das Wort ist. Danny, skipvote, Tim, Jacken, why? Ja, lass Maxi im Auge warten. Ja, Maxi auf jeden. Ja, ich bin da. Ja, Maxi im Auge, ich bin da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017